Moin Moin und willkommen zurück zu Gianna Sisters. Wir machen direkt weiter mit Level 2,3 Verfluchtes Verlies. Da ist es. Die letzten Level haben ja schon mal deutlich an Schwierigkeits dazu gewonnen. Schwierigkeitsgrad ist doch deutlich angestiegen. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Voll viel schwerer kann es eigentlich nicht werden. Sag ich mal. Ey, das war falsch. Wo ist das denn? Ein Geist? Oh, da kommt der Level mit. Ist er richtig gemein? Oh! 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 Hey! Nein! Hau ab! Ich habe gerade so das Gefühl, dass ich hier so ziemlich viel ausgelassen habe. Wie ist das? Oh! Oh! Hey, das war ja fies! Nein, den brauche ich Oh, zur Seite auch Fiese Falle Kommen wir hier nochmal rein Shit Nochmal Und gleich nochmal Mal hier runter Nee, ja Shit So müsste jetzt Nein Aber jetzt Oh, wo bin ich denn jetzt? Ich bin gleich wieder ganz unten Ach, shit Tot Wo bin ich denn? Jo Oh Nein Nein Hey, das gibt's doch nicht So So Ich will Nur bedingt richtig Oh Das ging aber steil Backab Nein Nein Das war's Da kommen wir nicht wieder hoch Oder? Ne Ach doch, natürlich Ne, oder auch nicht Ach Mir fehlen aber noch drei Schlüssel Nein Nein Oh Ah, sag mal Was mach ich denn hier bloß? Das quill doch Was ist denn los mit dir? So Jetzt frage ich mich immer Wie soll ich denn Da hochkommen Hä Der kommt ja auch mit Wir sind ja auf einmal Da oben gesprungen Aha Puh Unten kann ich ja auch noch Oder muss ich es vielleicht sogar Das war's Oh, oh, oh. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Nein, oh scheiße, das gibt's doch einfach nicht, Mensch. Also ich kann's nur nochmal sagen, wer eine richtige Herausforderung sucht, der holt sich das. Denn normal ist das nicht. Was ist das denn wieder für ein Biest? Oh, das ist wieder mal ein Schlüssel. Ah, das darf doch nicht wahr. Also halt. Oh ne. Achso, hier muss ich nicht hin. Oh, Mensch. Oh. Oh, das war... Oh, knapp. Hm hm. Nee, rumbleib' Soha, wie kommen wir denn da jetzt rüber? Oh, haua Nein Jetzt Halleluja So, noch ein Schlüssel, glaub' ich Einer müsste noch fehlen Scheiße Bin ich jetzt wieder Dann gucken wir, wie die wieder hochkommen da Shit, geht nicht Das heißt Scheiße, heißt das Oh, das hab' ich mir auch schon wieder gedacht, dass ich... Oh, da hab' ich alle Ach, hab' alle Sehr gut Die höre ich mal direkt auf den Kopf Checkpoint Da geht's nicht Ups, 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 ups Das ist echt Es wird aber auch echt an alles, an alles gedacht Jetzt kann ich da nicht hochspringen Das ist echt Hammer Muss ich mal sagen Oh Oh, hier kommt wieder dieser Geist hier Oh, schön, wo du bist Oh Gott, oh Gott Oh, ich lass' das schon wieder sehen Oh, ey, er ist verbrannt Oh Gott, was war das denn Hier fehlt mir auch schon wieder der Schlüssel Da komm' ich wohl wieder von der anderen Seite erst hin Oh, du bleib mal schön da Was ist das? Jetzt haben sie mich gleich Tot Oh, ja, musste ja irgendwann mal passieren Mein Gott, nee Ist ja wahnsinnig, sind die hier Mist Erstmal weglocken hier, die Scheiße Nein, doch nicht da Oh Problem Glück gehabt Oh, er geht nicht hoch Oh, Mensch, Mädchen Schon wieder nach unten Nein Was machst du denn da? Sprich doch mal hoch Oh, Mann Das ist eine dumme Idee Mit diesen blöden Geistern Obwohl, das kommt nicht allzu oft vor Die gefallen mir nicht Muss ich mal sagen Boah, ich sehe gar nichts mehr hier Wo geht's denn nu? Oh, es fehlt ein Schlüssel Und jetzt? Oh, wo weiß ich denn jetzt, wo ich den finde? Dezent gefragt Machen wir mal wieder mitfahren hier, kann ja sein Sehr gut Oh, tot Aber egal Oh, schon wieder Doch, tot Und tot Oh, schon wieder tot Nein, nicht schon wieder Oh, das gibt's doch einfach nicht Mann, du bleibst doch mal da drauf stehen Na endlich So, klapp auf die Kiste Schon wieder Checkpoint Das ist echt der Hammer Mann, was kommen die denn jetzt hier alle online? Die wollen alle mit ins Video Ganz klar Ups, komm wieder Stöß dich immer ab Oh, ich weiß nicht Oh, ich weiß nicht Den nehme ich erstmal mit Den nehme ich erstmal mit Oha Das war schon wieder mal Mehr als knapp Oh Mist Was haben wir denn da jetzt noch? Was haben wir denn da jetzt noch? Das war früher definitiv nicht Ach, Mensch Nicht so Also wer eine Herausforderung sucht Alter Der wird hier Aber sowas von finde ich Da gucke ich gar nicht hin Was ist denn das überhaupt? Ist er jetzt gleich kaputt? Jo Alles klar So kommt er wahrscheinlich durch Und so stirbt er Schätze ich jetzt einfach mal Oh So meinst du Wasser Ähm Jetzt die Frage Bin ich jetzt schon wieder richtig gegangen Oder Habe ich mir denn alles Vergessen Da hinten dann Ey Nicht nach unten So Und Gordos Und die Level werden ja auch Mal zu mal länger Und Wo ich jetzt gerade sage Ist es zu Ende Jo Hm Geht ja sogar einigermaßen Aber Ich hole immer weniger Sterne Jetzt sind es nur noch zwei Naja Wir werden sehen wie es weiter geht Aufregend weiter geht Bis dann Bis dann Bis dann Ich hole mich noch mal Ich hole mich noch mal